Okay, moin Leute, kommen wir zum Höhefahren oder Downwindfahren beim Fäulen. Ich muss eigentlich sagen, es war für mich jetzt kein so großes Ding, es war nicht so schwierig, weil wenn man Twintip fahren kann, weiß man ungefähr wie die Kurse sind, Halbwind oder Amwind oder Downwind. Deswegen, wenn man dann später in der Schwebefahrt kontinuierlich bleiben kann, kann man das schon probieren. Beim Downwind merkt ihr auf jeden Fall, dass es relativ schnell manchmal wird und für mich war es am Anfang mit der Balance ein bisschen schwieriger. Dann, fand ich, musste man ein bisschen weiter auf dem vorderen Fuß stehen, da wenn manchmal auch Wellen kommt, einem das Fäul so hochgedrückt wird. Deswegen, also für mich stand ich ein bisschen mehr auf dem vorderen Fuß. Und wenn man Amwind fährt, das heißt stark anluft, dann legt man sich rein, schrägt das Fäul an. Da hatte ich manchmal das Problem beim kürzeren Mast, dass wenn man das zu doll macht, dass es dann Luft zieht. Genau, wenn man das nicht übertreibt, dann passiert das einem auf jeden Fall auch nicht. Und genau, dann gibt man auch ein bisschen mehr Druck auf dem hinteren Fuß, dann merkt man auch schon, wie das Fäul ein bisschen in die Richtung geht, wenn man sich da genau reinlegt. Und ja, dann sieht man auf jeden Fall das Schöne am Fäulen, was für krasse Kürze man da denn eigentlich fahren kann, Amwind oder auch Downwind, wie groß der Winkel eigentlich ist. Deswegen genießt es, probiert es aus und wir sehen uns auf dem Wasser. Tschüss.